Hallo und herzlich willkommen zur Nigellagerläustenausgabe des Telestammtischs. Das hier ist Ausgabe 101, das heißt wir haben es geschafft. Wir haben Ausgabe 100 erfolgreich veröffentlicht und nun ist eine Woche rum und deswegen sprechen wir über die nächste Ausgabe. Und diese möchte ich hier ganz gekonnt anmoderieren und freue mich zusammen mit euch auf fünf herausragend gute Gespräche mit wirklich ganz tollen KünstlerInnen. Mit dabei sind Liz Beitler, Elisabeth Pich, Ika Sperling, Markus Andrusch und der Enten-Fan Ron. Das ist voll toll, dass die sich hingesetzt haben mit mir in das Podcast-Studio beim Internationalen Comics-Salon in Erlangen, der inzwischen ja nun schon einige Wochen her ist und endlich ist es auch soweit. Ihr könnt jetzt beim YouTube-Kanal des Salons einige Panels nachholen, die in der Errangerie stattgefunden haben. Ich habe mir auch einige Interviews schon angehört, da waren viele tolle Sachen mit dabei. Ich fand zum Beispiel auch das Interview mit dem Joan Sva total putzig irgendwie. Das war ja quasi live übersetzt vom Moderator und ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Auch viele andere Inhalte, Panels zum Manga-Boom und hast du nicht gesehen, könnt ihr jetzt alles nachholen beim YouTube-Kanal des Salons. Auf jeden Fall ein Besuch wert und was, was man sich für die nächsten Wochen auf jeden Fall auch vornehmen kann, wenn ihr zwischen meinen Podcasts nicht genug Comic-Talks bekommen könnt. Meldet euch gern bei mir, wenn ihr Feedback habt. Meldet euch gern via Social Media, via E-Mail oder auf tele-stammtisch.de. Kommt vorbei auf tele-stammtisch.de slash Discord, könnt ihr auch machen und dann dem Community-Hub des Tele-Stammtischs joinen. Dort reden wir über genau diese Themen, über genau diese Dinge, die wir hier auch in den Gesprächen zum Thema gemacht haben. Und wenn euch gefallen hat, was ihr hier hört, dann meldet euch auch noch mal gern bei mir, denn ich kann euch auf jeden Fall auch eine Veranstaltung moderieren, das durch inzwischen recht regelmäßig. Bin jetzt gerade auch wieder hier, sagen wir mal, ganz weit draußen, 80 Kilometer von München entfernt, irgendwo, nirgendwo, mache ich diese Aufzeichnung gerade im Hotelzimmer. Für euch, für uns, für die Szene. Lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sie meinte, wir kennen uns. Und dann fiel mir auf, sie hat recht. Wir haben uns scheinbar kennengelernt und haben uns auf jeden Fall kennengelernt, wollte ich mich dran erinnern, beim Comic-Park in Erfurt, der hat die Tage auch stattgefunden, wahrscheinlich bei anderem Wetter, aber sehr knapp an Erlangen dran. Lange Geschichte. Ich war nicht da, aber es war bestimmt geil. Mal gucken, ob sie da war. Auf jeden Fall haben wir uns vor, vor einem Jahr war es dann wahrscheinlich, da getroffen und sie hat sogar einen Comic mitgebracht und sie ist beim Comic-Salon. Das wird so krass. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin die Liz Beidler. Ich komme aus Schweinfurt und ja, wir haben uns tatsächlich schon kennengelernt. Ich war auch tatsächlich in Erfurt beim Comic-Park dabei als Ausstellerin. Ich hatte tatsächlich auch wieder die Ehre, das Plakatmotiv auch dieses Jahr wieder zu machen, was richtig krasses. Ja, war wieder überwältigend. Und jetzt sitzen wir hier und wie du schon gesagt hast, ich habe meinen Comic mitgebracht. Du warst dieses Jahr auch in Erfurt? Genau. Also so ganz knapp am Salon dran. Hattest du noch Kapazitäten, nochmal eben den Comic-Park mitzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Der Comic-Park ist für mich schon so ein Muss. Tatsächlich bin ich heute auch nur als Besucherin da. Leider. Aber ja, ich freue mich hier zu sein. Wir haben auch nicht so lange Fahrt. Stunde haben wir jetzt gebraucht bis hierher. Also das ist schon entspannt. Erzähl mal, wie lief in der Comic-Park dieses Jahr? Ich war ja leider nicht da. Vielleicht kannst du ein bisschen berichten. Also ich habe natürlich auch nur wieder viel zu wenig gesehen. Aber was ich so gesehen habe, war echt Hammer. Wetter hat es auch viel besser gehalten, als erwartet war. Also von daher war es schon cool. Wir haben sehr viele internationale Künstler kennengelernt. Und die waren einfach, die waren Bombe. Also das war so cool mit denen. Also war schon ein cooles Erlebnis. Ich habe sehr viele positive Eindrücke mitgenommen. Ach schön, das freut mich doch. Im Regelfall ist das Publikum ja auch mal auch ziemlich angetan vom Comic-Park. Ist ja eine Veranstaltung für die ganze Familie. Und jetzt sind wir hier beim Comic-Salon. Und scheinbar machst du auch einen Comics. Wir müssen also erst nochmal einen Schritt zurückgehen und uns ein bisschen über Comics unterhalten. Unbedingt. Vor allem auch, was du da gemacht hast. Denn ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass du beim Comic-Park zum Beispiel so ein Rap, glaube ich, Up, Cover, keine Ahnung, wie man das genau, irgendwas mit Rap heißt, glaube ich. Variant-Cover war das damals. Ach, so ein eigenständig gedrucktes Werk auch? Es war nur ein Umschlag im Endeffekt. Okay. Denn du zeichnest scheinbar Comics. Ich habe jetzt auch einen davon in der Hand. Aber vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen zu deiner quasi Comic-Karriere. Seit wann machst du eigentlich schon Comics und warum? Ich habe jetzt erst relativ kurz, vor kurzem erst damit angefangen, das mal so richtig voranzubringen. Ich habe mich die letzten Jahre immer sehr gesträubt davor, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zeichnerisch noch nicht so weit. Und dadurch habe ich immer nur so ein bis zwei Seiten mal hier und da gemacht. Und das ist jetzt mein erstes längeres Stück. Das ist ein 21-seitiger, stummer Kurzcomic. Das heißt, wir haben keine Sprechblasen. Das ist alles nur, geht über die Bildsprache. Ja, ich kann gerne auch ein bisschen was darüber erzählen. Ich selber bin ein riesiger Mittelalterner, deswegen findet das Ganze auch im Mittelalter statt, im 14. Jahrhundert, um genau zu sein. Es geht um einen Ritter, einen Stadtwächter York, der ist auf dem Weg gerade zum Schneider und kommt da in eine ungünstige Lage, denn er stolpert direkt in einen Tatort hinein. Es kommt zu einer kleinen, hitzigen Verfolgungsjagd, aber letzten Endes schafft er es trotzdem, die Verdächtige auf den Häuserdächern zu stellen. Da hast du gerade die richtige Seite auch schon aufgeschlagen. Genau, was er aber oben auf den Dächern erfährt, das bringt ihn dazu, alles, was er über Tugend und Ehre geglaubt hat zu wissen, infrage zu stellen. Das Ganze heißt Occam's Dagger, Tod der Tugend. Ja, und ich bin sehr glücklich damit und ich habe auch super viel dabei gelernt bei diesem ersten Werk, das ich jetzt endlich mal rausgebracht habe. Ist auch echt druckfrisch, ist vor eineinhalb Wochen erst gekommen. Wie lange hast du jetzt dran gesessen? Das habe ich jetzt über ein Jahr gemacht. Also immer nur sporadisch mal hier und da zwischen Hauptberuf und anderen kleinen Aufträgen immer mal wieder reingequetscht. Ja, aber im Prinzip hat sich das jetzt über ein Jahr gezogen. Also auch eine kleine Kurzgeschichte, könnte die fortgesetzt werden? Auf jeden Fall, die ist leider noch nicht ganz abgeschlossen. Da bin ich aber gerade schon am Brainstormen mit meinem guten Freund Mike Sherwood, auf dessen Idee basiert das Ganze tatsächlich. Trotzdem geschrieben und gezeichnet habe ich das Ganze. Ich habe einfach die Charaktere von ihm aufgegriffen. Cool, sehr gut. Also das finde ich auch stilistisch total interessant. Es kommt in Schwarz-Weiß daher. Ich habe jetzt glaube ich noch nicht eine einzige Sprechblase gesehen. Nee, wie gesagt, ein stummer Comic kommt komplett ohne Sprechblasen aus. Hoffe ich zumindest. Was ich zuerst gedacht habe, als ich das Gesicht von ihm gesehen habe, es ist erst vorne drauf auf dem Cover. Mensch, das könnte auch ganz gut bei Disney funktionieren, habe ich mir gedacht. Meinst du, ja? Also gerade diese Frozen-Geschichten. So die Richtung, das könnte ich mir tatsächlich, aus privaten Gründen habe ich diesen Film leider sehr oft gesehen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das gut funktioniert. Interessant, weil ich habe immer das Feedback bekommen, dass meine Kunst anscheinend sehr düster zu sein scheint, weil halt nichts in Farbe ist, sondern alles nur in Schwarz-Weiß. Ja, den Teil mit dem Blut, den lassen wir einfach weg. Ja, genau. Ja, fantastisch. Denn du machst eine Menge Sachen. Du hast ja, wie gesagt, dieses Cover auch gemacht. Gibt es noch andere Comic-Sachen von dir oder ist das, wie gesagt, das erste? Das ist das erste. Ansonsten so Kurz-Comic-Sachen habe ich immer mal wieder auf Instagram veröffentlicht. Aber jetzt nichts Sachen waren mal ernst zu nehmen. Und du hast ja auch gemeint, du hast wieder das Plakat auch für den Comic-Park gemacht. Wie kam es denn dazu? Die haben wieder einen Wettbewerb ausgeschrieben für dieses Jahr und ich habe wieder etwas gezeichnet, hingeschickt und bin überwältigt, dass sie sich auch wieder dafür entschieden haben. Ja, saukool. Was der Etta immer aufbaut, das ist schon großartig. Wann machst du denn das Plakat für den Salon? Ja, weiß ich gar nicht. Erzähl mal, vielleicht, du bist heute der erste Tag da und den ersten letzten Tag. Wir waren am Donnerstag schon mal da. Okay. Und heute nochmal eben, ja. Und hast du die, was hast du denn am Donnerstag alles gesehen? Hast du Eindrücke gesammelt, von denen du uns berichten kannst? Also wir waren in Halle A und Halle B und es ist mein komplett erster Comics-Alon. Ich war noch nie hier. Ich habe vorher auch noch nie wirklich davon gehört. Und ich fand es sehr spannend im Vergleich zu den anderen Conventions, dass es so zentriert auf Comics ist. Das finde ich so cool. Also ich habe, glaube ich, einen einzigen Merch-Stand gesehen, was ja Kontrastprogramm ist zu sämtlichen anderen Conventions. Ja, absolut. Sehr viele Indie-Sachen gesehen. Ich habe die coolsten Cover von Comics gesehen, wo man sich auch sehr gut Inspiration sammeln kann. Richtig spannend. Ja, und auch viele bekannte Gesichter gesehen, die man schon auf anderen Conventions kennengelernt hat. Das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, gerade die Self-Publishing-Szene ist hier sehr gut vertreten. Auch Menschen, die eben nicht beim Verlag sind, sondern alles selbst stemmen. Hast du da Kontakt, keine Ahnung, zu Solidarity, Comic-Solidarity oder sowas? Kennst du die? Ist das für dich interessant? Tatsächlich habe ich von denen noch nicht so viel gehört. Comic in Bayern habe ich kennenlernen dürfen schon. Also ich komme ja auch aus Bayern. Von daher ist es auch naheliegend. Aber Comic-Solidarity weiß ich tatsächlich noch nicht so viel drüber. Okay, cool. Interessant. Ja Mensch, das heißt, du hast jetzt auch kein straffes Programm hier für den heutigen Tag. Du lässt es ein bisschen auf dich zukommen. Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Dann mach das mal. Heute Abend ist auch die Ginko-Preisverleihung. Kennst du dir die Preisverleihung? Sagt dir das was? Ich habe schon mal darüber ausgelesen. Okay, sehr gut. Alles klar. Ja Mensch, Lister, will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dir vor allem viel Erfolg mit Ockham's Degger. Ich muss aber beim Namen kurz überlegen. Das sieht nämlich wirklich sehr interessant aus. Und ich finde es auch cool, dass du sagst, du setzt es zumindest noch ein paar Seiten vor. Wie lange wird es denn insgesamt? Genau, haben wir es noch nicht überlegt. Aber ich denke, zwei bis drei Hefte werden da schon noch voll. Zwei bis drei Hefte. Okay, alles klar. Das sieht schön aus, was ich hier sehe. Danke dir. Und weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit hier auf dem Comic-Salon. Dankeschön, ciao. Danke dir, tschüss. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, denn sie ist gerade, also ich will nicht sagen, sowas wie ein Shootingstar, aber sie hat auf jeden Fall gerade einen Hype, denn Fungirl ist endlich erschienen. Es war auch nominiert, glaube ich, zum Beispiel für den Maxim-Noritz-Preis. Sie ist eine von den Personen, die oft genannt wird, wenn es darum geht, erfolgreiche Comic-Artists zu nennen, die international absolut durchgestartet sind, aber vielleicht in Deutschland lange nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie ganz dringend verdient hat. Ich hatte in Leipzig bereits die Gelegenheit, ihren Kumpan, ihren Mitkollegen, den Jonathan zu interviewen und ich freue mich mega, dass sie jetzt am Start ist. Quasi zwei Räume weiter als ihre Ausstellung. Also es ist auf jeden Fall jemand, der sogar eine Ausstellung klickt hier beim Comic-Salon in Erlangen. Es wird ein Träumchen. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hi, ich bin Elisabeth. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, heute mit dir zu sprechen. Hallo Elisabeth. Wir nehmen an, zwei Räume weiter ist die Ausstellung. Wann habt ihr die aufgebaut? Wie läuft das eigentlich? Erzähl mal ein bisschen von deiner Ausstellung. Also die Ausstellung ist ein absoluter Fiebertraum gewesen. Ich habe mich mega gefreut, als der Comic-Salon Erlangen gefragt hat, ob wir Lust haben, eine Ausstellung zu machen. Die wurde dann vom Verlag Edition Moderne und mir konzipiert. Und wir haben dann einfach diesen tollen Ladenlokal in eine Art Andachtsstätte verwandelt. Fangirl, die Protagonistin meiner Geschichte, die arbeitet ja als mehr oder weniger hilfreiche Aushilfe in einem Bestattungsunternehmen. Und in ihren Pausen pflegt sie gerne, Pause zu machen mit Chips und DVD-Player im Sarg, weil es natürlich sehr bequem ist, sich dort hinzulegen. Und genau das haben wir nachgestellt in der Ausstellung. Also man sieht einen Menschen, also quasi Fangirl in echt groß. Also eine riesige, schöne Puppe. Die wurde von Marie Pohl, auch Comiczeichnerin hier, die auch hier ist, angefertigt. Und wunderschöne Stücke, ein wunderschöner Sarg, wunderschöne Kirchenbänke, wo man sich hinsetzen kann und auch das Ganze auf sich wirken lassen kann. Genau, also kann ich nur empfehlen, sich da mal rein zu begeben und sich Fangirl anzuschauen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Interviews ist die wahrscheinlich schon abgebaut, die Ausstellung. Aber nichtsdestotrotz interessiert mich schon, wie das Publikum reagiert. Wie läuft es hier beim Comicsalon? Kommt das Publikum, kriegst du hier jetzt gerade konkret auch mit dieser Ausstellung endlich die Aufmerksamkeit, die du verdienst? Ja, auf jeden Fall. Also die Leute sind sehr positiv. Sie sind sehr belustigt auch und geben mir super, super schöne Rückmeldungen, sagen, es hat total Spaß gemacht, die Ausstellung zu entdecken, freuen sich auch, die Originalzeichnungen zu sehen. Weil, also das ist auch was, was ich oft sehr liebe, wenn ich von anderen ComiczeichnerInnen die Ausstellungen besuche, dass ich sehe, wow, okay, so sind die Seiten entstanden. Einfach so einen Einblick hinter die Welt zu bekommen, die die Person geschaffen hat. Also das ist mir auch so ein Anliegen. Fungirl spielt ja natürlich in so einer ganz, für mich sehr realen Welt. Also die Menschen, die ich porträtiere in meinen Geschichten, die sind für mich halt fast so echt wie meine echten Freunde und Familie, weil ich verbringe halt mit denen Jahre. Und das will ich dann auch dem Publikum auch geben, quasi so dieses Gefühl, okay, ich tauche jetzt ein in diese Welt, ich kann die Objekte anfassen, ich kann mir die Sachen angucken, ich kann mich hinsetzen und die Figur anschauen, also wirklich physikalisch echt werden lassen. Und du warst mit deiner Arbeit im Laufe der letzten Jahre unfassbar viel unterwegs, wenn man sich mal anguckt, was du gemacht hast. Keine Ahnung, beispielsweise fällt mir ein, es gab vor kurzem erst eine Lesung in Frankfurt bei uns in die Ecke mit dem Jakob Hoffmann zusammen zum Beispiel, der hat die moderiert und so. Aber du bist überall unterwegs, auch eben vor allem international, auch auf Festivals und Veranstaltungen. Das heißt, du kannst ganz gute Vergleiche ziehen. Was ist denn für dich der Comics-Salon? Was bedeutet dir der? Ist da vielleicht irgendwas Besonderes? Der Comics-Salon ist auf jeden Fall eine sehr besondere und wichtige, ja, also einfach Fundament von deutscher Comic. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Comic-Veranstaltungen in Europa auch. Ich finde es auch sehr schön, dass wir auch nicht nur deutschsprachige ZeichnerInnen hier haben, sondern dass wir auch international aufgestellt sind. Und ich wünsche mir natürlich, dass es noch mehr Besucher gibt in den nächsten Jahren, dass es noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ich glaube, die Luft nach oben ist, also das Potenzial ist ja noch sehr groß und ich denke, es ist ein fantastischer Ort. Also ich mache immer kräftig Werbung für den Salon, weil ich merke, dass es einfach eine sehr tolle paar Tage sind. Fangirl war ja auch nominiert für den Max und Moritz-Preis, ist das richtig? Genau, richtig. Und zu Recht, weil es ein Werk ist, das sehr interessant hat und ganz viele Facetten hat. Wir haben es vor einiger Zeit bei den Comic-Cookies besprochen, hört da auf jeden Fall mal rein. Und was da natürlich heraussteht generell bei deiner Arbeit, ist auch das Thema Humor. Das ist ein ganz zentrales Thema von deinen Werken, soweit ich sie kenne. Ist es eine Herausforderung, Humor und Comics darzustellen? Es ist eine sehr breite und große Frage, das ist mir schon klar, aber wo ziehst du vielleicht auch gewisse Grenzen? Wie muss man rangehen, wenn man Humor in Comics präsentieren möchte? Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten. Boah, das ist auch eine schwierige Frage, finde ich, weil natürlich habe ich mir das Genre Humor nicht bewusst ausgesucht, sondern es ist mir mehr oder weniger so mit mir gewachsen. Ich glaube, Humor war für mich persönlich immer auch ein Vehikel, um Dinge zu verarbeiten, auch teilweise vielleicht Dinge, die nicht so lustig sind und ich glaube, das kommt auch oder hoffe ich, dass das auch in meinen Arbeiten rüberkommt, dass ich durchaus schwierige Themen oder auch vielleicht nicht so schöne Themen einfließen lasse, aber immer versuche, das mit so einem gewissen Augenzwinkern oder einer Leichtigkeit, das Schlimme zu nehmen. Und ich finde, wenn man über Dinge lachen kann, ist das auch ein Moment der Erleichterung und auch der Befreiung, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt auch, ich darf darüber lachen, ich kann darüber lachen und das ist auch meine Art, über manche Dinge zu sprechen oder die zu vermitteln, die vielleicht sonst belastend wären. Also das ist halt so ein bisschen so der, sag ich mal, der intimere, die intimere Begründung. Handwerklich oder sag ich mal professionell gesehen, finde ich es einfach wahnsinnig spannend, mir die Aufgabe zu stellen, wie schaffe ich es, in wenigen Panels etwas dynamisch und entertainend auf die Spitze zu treiben. Und ich mache gerne Geschichten, wo es sehr, sag ich mal, kinetisch ist, wo sehr viel passiert, wo Sachen, wo Leute ausrutschen, wo Leute physikal, also ich liebe auch visuellen Comedy, genauso sehr wie Dialoghumor und das finde ich, also da finde ich, ist Comic einfach das perfekte Medium, weil du kannst Dialoghumor und visuellen Humor so perfekt kombinieren und das wirklich auch sich selber auch so trainieren, also ich trainiere das einfach gerne, wenn ich selber Comic schreibe, so okay, wie kann ich die Dialoge noch absurder, noch witziger, also gerade so Streitgespräche, sind ja auch teilweise so absurd, wenn man so mitbekommt, die Emotionen kochen über, also das sind einfach so dieses Menschliche darin, auch natürlich auch mit so einer gewissen Zärtlichkeit und Mitgefühl, ich hoffe, dass man merkt auch, egal wie sehr ich Sachen auf die Spitze treibe, ich liebe ja meine Charaktere trotzdem und ich glaube, das ist auch wichtig für Humor, dass man nicht sich über Leute lustig macht, sondern dass man in sich selbst auch die Dinge entdeckt, die, wo man sagt, okay, ich muss auch über mich selber lachen, also in meinen Comics steckt auch was von mir selber drin und wenn ich darüber lachen kann in meiner Arbeit, kann ich mich damit auch versöhnen. Vielen Dank, das ist wirklich schon ein Riesenthema, da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber reden, worüber wir aber unbedingt reden müssen, weil es mir so sehr am Herzen liegt, ist ja die Tatsache, dass du international mit War and Peace, das ist ja mit dem Jonathan, einfach Riesenerfolge einfährst, das ist eine total faszinierende, super erfolgreiche Reihe, sie erscheint als Webcomic und das ist ein großes Thema, wo Webcomic in Deutschland tatsächlich nicht so das Ding geworden ist und das ist total schade, weil wir uns international angucken, es gibt total viele tolle aus Deutschland stammende Webcomics von ganz tollen Artists, vieles davon lese ich, wir hatten heute Morgen auch zum Beispiel den Hannes Rattig hier zu Gast, der aktuell auch wieder was bei Webtoon konkret jetzt auch veröffentlicht, wenn du mal spekulieren müsstest, gerade weil du das international sicherlich sehr gut einschätzen kannst, warum funktioniert eigentlich in Deutschland der Webcomic nicht so wie er müsste? Das ist eine sehr gute Frage, das habe ich mich auch öfter gefragt, ich glaube, dass wir da so ein bisschen hinterher hinken, weil wir vielleicht nicht so, weil wir vielleicht auch so ein Bild vom Internet haben, ah, im Internet kann jetzt keine substanzielle oder wirklich spannende Kulturbeiträge stattfinden, also ich glaube, wir haben ein etwas reduziertes Bild vom Internet, das müssen wir, sollten wir auf jeden Fall gesellschaftlich, kulturell korrigieren, weil mir geht es genauso wie dir, ich lese wahnsinnig gerne Webcomics und es gibt auch fantastische Webcomics, also wirklich, wo man auch sagen kann, die bereichern ein, dass politische Karikatur, Satire, Humor, aber auch tiefgründige Diary Comics zum Beispiel, also dieses Art Tagebücher, also ich finde, das ist schon eine Art der Veröffentlichung, die sehr unmittelbar ist, also ich kann nicht jeden Tag ein Comic-Heft konsumieren von jemandem, aber ich kann jeden Tag zum Beispiel auf den Blog oder auf die Seite von jemandem gehen und den aktuellen, die aktuellen Gedanken der oder die Autorin lesen und das ist eine wahnsinnige Bereicherung, also das Netz ist unmittelbar, es ist schnell, es ist eine tolle Art, seine Comics quasi rauszubringen und ich finde, wir sollten da in Deutschland auf jeden Fall offen sein für Webcomics. Ja, ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren da auf jeden Fall mehr Anerkennung findet für dieses wunderbare, also für Webcomic, für das Webcomic-Medium. Absolut. Ich finde einfach auch tatsächlich, dass es einfach eine Publikationsform ist, die sich super anbietet, um einfach auch diesem großen Thema Aufmerksamkeitsspanne, das in den letzten Jahren ja sehr gelitten hat, also die Aufmerksamkeit, alle nicht mehr so gut konzentrieren, wie das vielleicht vor vielen Jahren noch der Fall war, dafür ist Webcomic, gerade diese kurzen Strips, insbesondere das, was wir zum Beispiel auch auf Webtoon sehen können, super geeignet, weil das ist letztlich auch ein Stück weit bedient, da ein Publikum abzuholen, das wie ich zum Beispiel eben auch, jetzt Schwierigkeiten hat, eine ganze Stunde am Stück irgendwie konzentriert an Dingen zu arbeiten, das ist fantastisch und das Gute ist ja eben auch am Webtoon und da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren, generell an Online, dass du eine sehr große Interaktion mit deinem Publikum hast, die können da schreiben und das tun sie auch zuhauf, ihr müsst euch das mal unbedingt angucken, was da los ist unter den Beiträgen von deiner Anarbeiten, erzähl mal, wie läuft es mit der Kommunikation, das ist ja auch komplett anders, als wenn man jetzt nur das Buch druckt, oder? Ja, auf jeden Fall, also einerseits finde ich es nochmal wichtig zu sagen, also ich sehe da schon so eine gewisse Generationenunterschied auch, dass ja zum Beispiel von jüngeren LeserInnen Webcomics schon auch angekommen sind und angenommen sind, aber ich merke, dass sich gerade auch so die ältere Generation natürlich auch so gewisse Internetskepsis hat und vielleicht nicht so ganz versteht, was da für ein Potenzial herrscht, also zum Beispiel merke ich ja auch, wenn jetzt zum Beispiel ich mit BuchhändlerInnen spreche, dass da auch teilweise auch überhaupt im Comic da noch sehr viel Bildungsarbeit ist für manche BesucherInnen der Buchläden, dass man sagt, okay, Comic ist was ganz Vielfältiges im Moment, also ja, also ich merke, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen ja dran arbeiten müssen, aber ja, zu deiner Frage mit der Rückmeldung, das ist Fluch und Segen zugleich, also das ist super, super schön zu sehen, man veröffentlicht etwas und die Leute gehen direkt total darauf ab und kommentieren und teilweise sind die Kommentare so lustig, also ich muss, die nehmen quasi den Witz, also es gibt dann wirklich auch so so eine Dynamik oft, wenn wir zum Beispiel Leute haben, die ganz lange schon unsere Comics lesen und dann auch kommentieren und man merkt, oh, die haben den Witz, dann nochmal ein Stück darauf aufgebaut und dann kommt der Nächste und baut dann darauf auf und dann entsteht dann teilweise so ein richtiges Zusammenspiel oder dann lese ich manchmal Kommentare und denke, ah, warum bin ich nicht drauf gekommen, das ist so lustig, genau und das finde ich auch toll und ich muss sagen, 99 Prozent der Zeit sind das sehr positive Rückmeldungen und natürlich, wir hören ja immer im Netz, also das, ja, die Negativität im Netz nimmt zu und so weiter und so fort und das ist natürlich auch ein Thema, weil man sagt ja immer, die Unzufriedenen, die schreien immer so am lautesten, klar, aber ich muss sagen, also jetzt gerade mit War and Peace und auch mit Fun Girl habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, also das motiviert mich ungemein, das hat uns auch mit War and Peace wahnsinnig viel Auftrieb gegeben zu merken, wir veröffentlichen veröffentlichen etwas und die Leute können direkt reagieren und schreiben uns, oh, das ist so witzig und ich habe, das hat voll meinen Tag, das hat irgendwie mich zum Lachen gebracht und so, ich meine, als Comiczeichnerin ist das auch ein Wunsch, also wir, wir wollen ja nach Außen treten und kommunizieren mit unseren Arbeiten, wir machen das ja nicht nur für uns, sondern wir machen das ja auch in Verbindung zu treten mit Leserschaft und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles, eine tolle neue Möglichkeit, also im Netz und es ist halt sehr, es ist sehr niedrigschwellig, es ist sehr barrierefrei in der Hinsicht, man muss nicht monatelang warten, bis ein Buch gedruckt und raus in die Welt geht, das ist auch toll, ich liebe Bücher und ich will auch immer Bücher machen, aber ich mag tatsächlich beides, also ich finde beides ist auch sehr, sehr wichtig heutzutage. Absolut und auch Dinge doppelt zu veröffentlichen, also sowohl digital und anschließend nochmal an gedruckter Form, scheint zumindest für die deutsche Szene auch ein Erfolgskonzept zu sein, das ich immer mal wieder höre, ist das bei dir schon mal passiert, na klar ist das schon mal passiert, bei One Piece ist das passiert, dass wir die Sachen, die es digital gab, später auch kaufen konnten, darauf wollte ich nämlich hinaus, ist ja bei Panini erschienen, was gerade auch bei Panini in Deutschland erschienen ist, ist ein großes Anthologie-Projekt, an dem du mitgearbeitet hast, zusammen mit dem Jonathan, vielleicht kannst du da nochmal kurz von erzählen, worum geht es, was ist das und warum retten wir damit die Welt? Genau, also das wichtigste Comicbuch der Welt war ein ganz tolles Projekt, also Paul Goodenough ist damals an uns herangetreten und hat gefragt, hey, wir lieben eure Sachen und wir haben gesehen, dass ihr sehr für das Thema brennt, quasi Umwelt, Ökologie und dass wir quasi über Themen sprechen, wie wir die Zukunft gestalten können, dass wir alle fair und glücklich auf dieser wunderschönen Erde leben können, haben wir gesagt, ja auf jeden Fall, das ist uns auf jeden Fall ein Anliegen und wir machen super, super gerne mit und der hat da wirklich ein unfassbares, einen unfassbaren Cast an wahnsinnig tollen, berühmten Leuten zusammengestellt, also wir haben zum Beispiel mit Richard Curtis, also ein unfass, also eines meiner absoluten Idole, zusammengearbeitet, um diese Comics zu schreiben und die sind dann in diesem Buch gelandet, also es ist so ein richtig fetter Schinken, also ich weiß gar nicht, was das Ding wiegt, da sind, ich glaube, keine Ahnung wie viele Comics drin, also auf jeden Fall zwei, dreihundert Comics, also wirklich wahnsinnig schön von ganz vielen verschiedenen AutorInnen und kann ich halt nur empfehlen und ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Buch, weil es auch dieses Thema nochmal auf einer sehr diversen Art beleuchtet, also ganz viele unterschiedliche Sichtweisen, aber wenn man es liest, merkt man halt doch, obwohl es auch viel mit Humor und einer gewissen Satirik sehr gekonnt dargestellt wird, das Thema, da ist doch eine gewisse Dringlichkeit also eine gewisse Dringlichkeit, man merkt, es ist einfach so wichtig, die jüngere Generation, wir schlagen uns, also ich bin ja jetzt so ein bisschen mittendrin, aber jetzt die noch Jüngeren, wenn ich jetzt merke, die gehen raus in die Welt und die fragen sich, okay, Moment, also hier werden die ganze Zeit Weltuntergangsbotschaften geschickt, aber wir brauchen ja noch die Welt, wir leben ja jetzt noch die nächsten Jahrzehnte hier drauf. Ich habe mich gestern mit einem unterhalten, der ist, ich glaube, 80 gewesen, hat gesagt, mich interessiert die Zukunft ja nicht mehr, ich bin ja bald weg und dann habe ich gesagt, ja, ich muss halt hier noch ein bisschen auf dieser Erde verweilen und deswegen möchte ich ja auch dafür was tun, dass wir gute Entscheidungen treffen und dass wir ja einfach uns um die Erde auch kümmern. Kurze perspektivische Frage, ist es fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf? Nein, 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 gar nicht urzeitmäßig, sondern bildlich gesprochen für das Weltuntergangsthema. Das finde ich ganz spannend tatsächlich, weil ich denke nämlich auch, dass ich viel mehr von diesen positiven Absichten und Dingen brauche und da finde ich deswegen, dass dieses Anthropologie-Projekt so besonders toll ist. Ja. Und es eher tendenziell schon positive Absichten verfolgt. Also ich würde schon sagen, wir haben vielleicht zwölf, vielleicht kurz nach zwölf. Es ist, ich finde, diese Dinge passieren nicht schnell genug. Also für meinen Geschmack könnte es schneller gehen. Ich verstehe, wir müssen auch viele Leute mitnehmen und dass auch manche Menschen vielleicht da auch noch skeptisch sind oder auch keine Lust haben, sich einzuschränken. Verstehe ich absolut. Geht mir auch manchmal so. Es ist, den eigenen Lebensstil zu ändern, ist wahnsinnig schwierig und geht auch mit einer gewissen Komfort vielleicht, also dass man Angst hat, auch auf Komfort zu verzichten. Aber ich denke, das, was wir dafür bekommen, ist umso toller. Also ich freue mich, wenn wir auch uns auf die Sachen konzentrieren, die wir gewinnen dadurch. Also nicht immer nur auf den anderen Verzicht zu denken. Oh, jetzt darf ich nicht mit meinem Auto durch die Gegend und hier und da und die wollen uns das Fleisch wegnehmen oder sonst was. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch mich konzentriere auf die Dinge, die wir gewinnen können, dann entsteht für mich natürlich ein viel schöneres Gefühl. Also ich will ja, in 30, 40, 50 Jahren, wenn ich mir vorstelle, wir leben in Städten, in der man entspannt die Straße runterlaufen kann, wo es schöne Grünanlagen gibt, wo wir gesunde Lebensmittel, wo wir sauberes Trinkwasser, wo die Luft schön zum Atmen ist. Das sind alles Dinge, das ist eine Lebensqualität. Das müssen wir auch mit einem gewissen Preis versehen, mit einem Wert versehen. Also wir sind in Deutschland, glaube ich, oft in dieser Debatte sehr drin, dass wir, das sprengt natürlich vielleicht hier den Rahmen, wo wir oft in Wert oder in Euro-Beträgen über Dinge diskutieren. Okay, also das ist die und die Industrie, die müssen wir retten oder das ist die und die, wir müssen irgendwie an Jobs denken oder an sonst was, Klar und Wirtschaft. Aber wenn wir keine lebenswerte Grundlage mehr haben, weil wir uns die Erde zerstört haben, dann nützt es mir auch nichts, wenn ich morgens in meinem Job, morgens auf die Arbeit fahren kann, wenn ich nicht mehr das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann. Verstehst du? Also ich finde, das ist schon eine wichtige Sache. Absolut, eine große perspektivische Frage und ich freue mich, dass ihr auch an dem Buch teilgenommen habt, liebe Elisabeth. Unsere Zeit ist vorbei. Ich danke dir viel, 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 vielmals fürs Vorbeikommen und fürs Vorstellen deiner Arbeit und ich hoffe, dass du wirklich auch jetzt noch krass viele Signiorstunden mit 100.000 Leuten, die dir das abkaufen, was sie schon immer haben wollen, von Girl, sehr unterhaltsam, viele tolle Sachen drin, unbedingt kaufen. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Es war eine Freude. Tschüss. Das Gespräch, das wir jetzt führen werden, das habe ich verhältnismäßig lang vorbereitet. Ich stehe nämlich schon länger mit ihren Kontakt. Ich wollte lange ihr Werk lesen und das ging irgendwie auch nicht, weil es war natürlich für hunderttausende Preise und Stipendien eingereicht, weil es halt einfach, machen wir uns nichts vor, geiler Scheiße ist, es ist top aktuell. Die Menschen wollen es lesen, deswegen war es unter anderem jetzt aktuell auch nominiert für den Max und Moritz Preis und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich möchte mit ihr ein bisschen interpretieren und vor allem müssen wir uns über Äpfel unterhalten. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hi, ich bin Ika Sperling. Hallo Ika. Mensch, du machst Comics, oder? Ja, schon eine ganze Weile und jetzt habe ich einen großen Comic gemacht. Und ich habe auch gesehen und das finde ich ja krass, du hast bei der Anke Feuchtenberger studiert, stimmt das? Ja, genau. Vielleicht kannst du mal ein bisschen davon erzählen, weil das habe ich noch vor allem. Ich habe mit der Anke mal vor einigen Wochen telefoniert und wir wollen mal irgendwann irgendwas Großes machen. Ich komme aus derselben Region wie mein Vater. Wie war das denn, bei der Anke Feuchtenberger zu studieren? Also ich glaube, so eine der frühesten Erinnerungen, die ich an Anke habe, ist, dass ich irgendwie im zweiten Semester bei ihr stand und gezeichnet habe und ich habe so ein bisschen so komisch über meine Schulter zum Modell geguckt und da kam Anke zu mir und war so, darf ich Ihnen einen Ratschlag geben? Und ich so, ja. Und sie so, stellen Sie sich am besten anders hin, damit Sie mit den Herzen offen zum Objekt stehen können. Dann können Sie viel besser zeichnen. Und also ich weiß nicht, ob es mir so, also ich mache das tatsächlich bis heute. Also vielleicht hat es wirklich irgendwas gebracht. Und ich meine, es ist halt auch einfach bequemer, als über die Schulter zu zeichnen. Ein toller menschlicher Tipp auch. Da schwingt ganz viel mit. Anke ist eine wahnsinnig interessante und auch wichtige Person für die deutsche Comicszene. Und du hast dann bei ihr studiert. Was genau hast du da gemacht? Wann bist du fertig geworden? Lass uns mal ganz kurz die Vita von dir abreißen. Also ich habe erst mal bei Anke ganz viel gezeichnet. Ich bin tatsächlich an die HAW gegangen und dachte, dass ich Animation machen möchte. Und dann habe ich gesehen, oha, das ist ja ganz schön anstrengend und ganz schön schwierig und dauert ganz schön lange. Und davor hatte ich halt immer so kleine Storyboards gezeichnet, die eigentlich schon Comics waren. Da habe ich aber gesagt, oh, ich animiere das alles mal, wenn ich dann animieren kann. Und ja, habe das gelernt, war so, oha, das ist voll schwierig. Ich kann die Geschichte einfach viel schneller erzählen, indem ich einfach einen Comic zeichne. Und dann habe ich angefangen, einen Comic zu machen. Und bei Anke hatte ich vorerst erst mal nur Zeichnen. Da habe ich dann nochmal richtig gut Zeichnen gelernt. und dann war ich tatsächlich immer mal wieder abwechselnd in Kurse bei Anke oder auch bei Sascha oder auch bei Katrin Klingner war ich auch mal in einem Kurs. Und habe dann eigentlich seit diesem Punkt auch nur noch Comics gemacht. Nur noch Comics gemacht? Was genau bedeutet das? Was gibt es denn von dir? Außer, und darüber werden wir gleich reden, der große Reset. Die findet man nicht mehr. Die sind alle alles verkauft. Das waren halt immer so ganz kleine Projekte, die ich dann alle riesig gedruckt habe und so halt teilweise super aufwendig mit irgendwelchen Leporellos, irgendwelchen selbst gedruckten Schuber, wo es dann teilweise auch nur eine Auflage von so 10 oder 15 Stück oder so gab. Und dann ist es erschienen, dein offizielles Verlagsdebüt dann auch, der große Reset. Und ich habe mich mega darauf gefreut, weil eben schon vor Monaten die E-Mail dazu kam, dass es für den Liebigerpreis nominiert ist. Und vor allem auch, dass es thematisch etwas ist, was uns alle in irgendeiner Form, gerade in den letzten Jahren vermutlich vermehrt, auch betrifft. Die Rede ist von der großen Reset. Erzähl doch mal, wovon handelt der große Reset? Es geht darum, einen Angehörigen an eine Verschwörungsideologie zu verlieren. Das ist so die Kurzzusammenfassung. Und die Lesenden, die begleiten die Protagonistin Ika, also mein alter Ego, wie sie ihre Eltern besucht in einem kleinen Dorf in Bad Kaffheim in Rheinland-Pfalz. Und da, das ist so ein typischer ich gucke mal, was bei meinen Eltern so abgeht, Besuch. Und die Protagonistin möchte aber wissen, in Anfangszeichen, wie schlimm es um den Vater ist, was denn seine Pläne sind, weil der auch davon spricht, dass er das Haus verkaufen möchte und auswandern möchte. Und sie will sozusagen überprüfen, so wie es um den Verschwörungsglauben des Vaters bestellt ist. Und dabei begleiten halt die Lesenden diese Familie auch. Und es geht tatsächlich viel um diese Familiendynamik, wie die alle miteinander interagieren. teilweise auch so Sachen wie, ich nenne das die Familienstille Post, dass die alle übereinander versuchen, Informationen einzuholen und halt immer die anderen Leute übereinander fragen. So zum Beispiel, die Schwester fragt, die Protagonistin fragt zuerst ihre Schwester, ja, was geht denn jetzt bei dem Papa und stellt ihr halt irgendwie tausend Fragen und dann irgendwie so ein paar Seiten später kommt die Mutter nach Hause und fragt die Protagonistin genau diese Fragen, die die Protagonistin vor die Schwester gefragt hat. und irgendwie redet niemand mit jemandem irgendwie direkt und das ist alles so über Ecken. Dann aber auch zum Beispiel so dieser Themen-Tango beim Frühstück, dass die versuchen, so Themen wie Politik, Impfen, Corona, Krieg, dass die das komplett versuchen auszuklammern und sich da halt so gegenseitig über die Seite hinweg unterbrechen. Das sind ja auch alles so Dinge, die kennt man ja ganz oft da draußen im privaten Umfeld vielleicht, da jetzt nicht unbedingt diese Themen-Tango-Ding, aber insbesondere dieses Familienstille-Post. Das ist Situation, die können sicherlich viele Menschen nachvollziehen, generell auch wie das große Thema vom großen Reset, nämlich quasi das Verlieren einer Person an diese, wenn man so will, Ideologie oder Gedankenwelt. Darauf werden wir gleich nochmal kommen. Natürlich heißt deine Protagonistin eben auch Ika. Wie biografisch ist es denn, wie viel Fiktion steckt drin? Ich sage, das Buch ist autofiktional, weil die Erfahrungen und die Dynamiken sind schon an meiner Familie orientiert, aber es ist so, dass alle Figuren anders aussehen und anders heißen und auch andere Dinge tun und das war mir tatsächlich von Anfang an relativ wichtig, weil für mich klar war, ich kann mir aussuchen, ob ich Teil von diesem Comic sein möchte, aber meine Familie natürlich nicht und die Geschehnisse in dem Buch, das ist auch alles nicht so passiert, wie das da ist. Ich glaube, das sind tatsächlich so viele von meinen Erfahrungen einfach komprimiert in einer Geschichte, damit die halt auch natürlich rund ist und irgendwie passt. Ich hatte am Anfang von dem Projekt ganz viel so genau einfach so autobiografisch aufgezeichnet in so kleinen Skizzen im Storyboard-Karton. Das ist so ein Karton voll mit kleinen Storyboards, die ich hatte und da habe ich aber gemerkt, so ey, das ist viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll und dann war mir klar, okay, ich muss das zeitlich begrenzen und habe dann halt nur diesen dreitägigen Besuch. Was mir aufgefallen ist und was ich gut fand, war, dass du eben nicht auf diese inhaltliche Seite der Verschwörungstheorien gehst. Ich habe den Eindruck, es ging dir vor allem darum, darzustellen, wie sich das eben innerfamilie auswirkt, wie unsere Protagonistin die Veränderung ihres Vaters wahrnimmt und du gar nicht quasi darauf einlässt, dich da thematisch mit auseinanderzusetzen. Warum hast du das gemacht? Ich musste mir am Anfang überlegen, gerade als ich diesen Storyboard-Karton gemacht habe, weil am Anfang war es so ein bisschen, dass es eher eine Geschichte über meinen Vater war und halt auch die Frage, warum ist der Verschwörungsgläubig, wie ist das alles so passiert? Aber da ist mir schon aufgefallen, so ey, eigentlich müsste ich ja da schon in meiner Kindheit anfangen und das ist einfach, also so, das wird denen ja trotzdem auch nicht gerecht. Also eigentlich müsste ich sogar noch früher anfangen und in der Kindheit von meinem Vater erzählen und eigentlich müsste mein Vater dieses Buch machen, ich kann das sowieso gar nicht erzählen. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, möchte ich ein Buch über meinen Vater und über Verschwörungsgläubige machen oder möchte ich ein Buch über mich machen und über meine Gefühle? Und ich habe mich dann tatsächlich so für mich entschieden, weil ich mir dachte, das ist ja das, was ich weiß, das stimmt, und darauf kann ich mich verlassen und das kann ich tatsächlich auch am besten erzählen und halt mit der meisten Authentizität und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir können über Gefühle reden, aber wir können nicht über Verschwörungserzählungen reden, denn alles, was ich sage, wird diese Leute nicht überzeugen und alles, was die sagen, wird mich nicht überzeugen. Aber auf dieser Gefühlsebene, das ist vielleicht was, wo man sich noch irgendwie begegnen kann. Dieser quasi kleinste gemeinsame Nenner letztlich auch. Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen und die würden das mich wirklich sehren, nämlich die Darstellung, der Figur des Vaters. Die ist ja dargestellt, ich habe irgendwo den, ich glaube am Möbe habe ich den Vergleich gelesen, aber letztlich ist es so ein bisschen eine Mensch gewordene Seifenblase, gefüllt mit einer Flüssigkeit, so viel kann ich sagen und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so und jetzt mal Interpretationsansatz, weil ich mir dachte, okay, wir haben irgendwann auch, die Szene ist ein leichter Spoiler, gen Ende des Buches, unsere Protagonistin realisiert, wie jetzt die Situation zu Hause aussieht, hat einen emotionalen Breakdown und sie hat irgendwie Wasser an der Hand und das Wasser zerrinnt in ihrer Hand, es fließt so da weg und dass das Wasser quasi stellvertretend auch steht für ihren Vater oder den Teil des Vaters, den sie kennt und lieben gelernt, der ihr Apfelstückchen gemacht hat und das Wasser in dieser am Möben Seifenblasen Figur ist quasi der Teil, den sie noch an ihrem Vater wiedererkennt und das, was leer ist, ist eine andere Person geworden. Ist das so gemeint gewesen? Was war dein Ansatz? Warum diese Darstellung der Vaterfigur? Tatsächlich genauso habe ich mir das gedacht. Also am Anfang hat es einen ganz praktischen Grund, nämlich in meinen Storyboards wollte ich nicht, dass der Vater Ähnlichkeit mit meinem echten Vater oder einer anderen real existierenden Person hat und wusste nicht, wie ich den zeichnen soll. Das hat mich super lang gehemmt damit anzufangen. Und dann habe ich da einfach so eine Platzhalterfigur gezeichnet, diesen Blob. Weil ich dachte so, okay, wenn ich dann später eine Figur habe, dann ersetze ich den einfach damit. Und ich fand diesen Blob dann aber so gut, dass ich mich gefragt habe, so ey, kann ich den nicht vielleicht auch einfach behalten? Und mir war schon sehr früh klar, dass ich halt dieses Bild vom Auslaufen, also gerade dieses, wenn man so Wasser in seine Hände tut und egal wie fest man die zusammenpresst, das läuft trotzdem raus. Und so hat sich für mich immer dieser Verlust von einem Verschwörungsgläubigen angefühlt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, es ist egal, was ich sage, wie sehr ich mich anstrenge, wie sehr ich das versuche. Ich verliere den irgendwie trotzdem, auch wenn ich mich heute Abend hier hinstellen würde und einen top recherchierten PowerPoint-Vortrag halten würde mit Expertinnen, die ich eingeladen habe, acht Stunden lang. Ich kann diese Person nicht überzeugen. Und das war für mich so sehr schwer, das zu akzeptieren. Und mir war deswegen klar, dass ich dieses Bild gerne dafür benutzen möchte. Und dann bin ich auf diese Idee mit der Blase gekommen, dass ich das ganz gut fand, dass der Vater immer so ein bisschen ausläuft. Und am Anfang war es auch so, dass der halt so reißt und so Risse bekommt und so zersplittert über das Buch hinweg. Da haben aber meine Redakteurin und ich beschlossen, dass das Bild nicht so gut passt, weil das so implizieren würde, es gibt so einen Grund oder ein Loch oder einen Riss, den man einfach nur flicken oder stopfen müsste. Und dann ist wieder alles okay. Aber dem ist ja nicht so. Es gibt ja nicht die eine Lösung. Es gibt nicht das eine, was man tun kann. Und da fand ich gerade dieses diffuse Auslaufen, dass es ein viel besseres Bild ist für halt diesen langsam schleichenden Verlust, den man nicht so ganz aufhalten kann und man aber auch nicht so ganz weiß, woher der kommt. Ich habe auch versucht, darauf zu achten und ich denke, mir ist nicht aufgefallen, dass sich dieser quasi Pegelstand des Wassers, dass der sich verändert. Ist der nicht ziemlich konstant, das ganze Buch hinweg? Nee, der läuft immer so ein bisschen aus. Also am Anfang ist es noch in der Hüfte und später ist das nur noch in den Beinen. Okay, also der Anteil des Vaters, den sie wieder erkennt, der wird scheinbar weniger. Er verliert sich vielleicht auch ein Stück weit selbst irgendwann. Aber im Herzen ist er eben immer noch ihr Vater und das sehen alle so und deswegen gibt es auch immer mal wieder Apfelstückchen. Ist das Teil deiner echten Biografie? Dieses Apfelpferdchen, Apfeltierchen? Teilweise schon, also nicht genau. Wir wurden immer schöne Formen aus Äpfeln geschnitten. Verstehe. Ah ja, doch, doch. Ich blätter hier gerade durch die PDF nochmal durch. Der Wasserstand auf jeden Fall verändert sich mega gut. Und jetzt noch eine Dinge, die Entwicklung des Comics, die hat ja sicher, also die läuft ja schon einige Zeit, du machst es ja schon länger und wir haben unser Gespräch quasi verschoben, weil du ja nominiert gewesen bist für die Liebinger Stiftung vom Preis von der Liebinger Stiftung. Erzähl mal, warum eigentlich? Warum dürfen da bei der Liebinger Stiftung Dinge nicht schon veröffentlicht sein? Wie läuft das da eigentlich ab? Erzähl mal bitte vom Liebinger Preis. Wo du ja auch unter den Finalistinnen gewesen bist. Das ist der Berthold-Liebinger-Preis. Ach, ich sage immer Liebinger, das ist dumme Reiz. Alles gut. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine Regel, dass es halt für einen unveröffentlichten Comic ist. Eigentlich ist halt die Sache, dass das Preisgeld den oder die Autorin dabei unterstützen soll, an dem Comic zu arbeiten. Allerdings war das so, dass es halt bei mir sehr flott ging mit dem Comic. Also ich habe den in anderthalb Jahren gemacht, was sehr, sehr schnell ist für eine Graphic Novel, die halt auch noch analog gemalt ist. Das liegt aber daran, dass ich das Privileg hatte, dass ich viele Förderungen und Stipendien bekommen hatte und dass das mir das ermöglicht hat, meinen Teilzeitjob in der Pflege zu kündigen und dann halt Vollzeit an dem Buch zu arbeiten. Also vielleicht auch so ein bisschen als so gutes Beispiel mit, wenn man irgendwie ein bisschen Geld in die Hand gedrückt bekommt und das Vollzeit machen kann, dann geht das halt auch voll schnell. so und wenn man halt nicht immer die Arbeit daran unterbrechen muss, um Lohnarbeiten zu gehen und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Sinn des Preises und ich hatte ein Jahr zuvor die ersten 27 Storyboard-Seiten beim Leibinger Preis eingeschickt und die hatten mir dann geantwortet mit so, ha, nee, sorry, wir haben lange drüber nachgedacht, aber nee. Und da war ich so, also natürlich nicht genau so geschrieben, aber halt so ein bisschen so, ja, bewirb dich nächstes Jahr nochmal, wir haben lange drüber nachgedacht. und ich dachte so, naja, das schreiben die ja allen Leuten so. Und hatte dann Andreas Plathaus getroffen, weil der eine Lesung von mir, Wiebke und Noël moderiert hat und der meinte so, nee, das schreiben wir nicht allen, bewerb dich bitte nächstes Jahr nochmal. Also so, wenn man sowas bekommt, das schreiben die wirklich nicht allen. Okay, verstehe. Du hast gemeint, dass du das analog erstellt hast und das ist doch das superperfekte Material für die große, der große Reset-Ausstellung. Also das ist ja, das bietet sich doch an wie die Forst aufs Auge. Können wir irgendwann mal mit einer Ausstellung so ein Buch rechnen? Ja, beim Comic-Festival Hamburg gibt es eine. Aber ich mache natürlich auch gerne noch mehr. Ja, sehr gut. Es gibt tatsächlich auch Keramiken zu dem Buch, weil ich war jetzt im Künstlerdorf Schöppingen und da habe ich sehr viel getöpfert. Und da habe ich so ein paar Becher gemacht, die mit den Mustern von den Tapeten in dem Buch bemalt sind. Oder dann auch noch, ich habe noch eine Schale mit den Apfeltierchen. Ich will auch noch so, den Hund möchte ich gerne auch noch als Skulptur machen. Schön. Das ist cool. Also das finde ich toll. Wie sieht es noch aus mit Lesungen? Ich glaube, dass es ein dermaßen produktuelles Thema ist, zumindest auch in den letzten Jahren und auf kurz oder lang auch noch bleiben wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier ein breites Publikum Interesse finden wird, auch an dem Comic, wenn es nicht schon gefunden hat. Gab es Lesungen? Wird es Lesungen geben? Gibt es da schon was, was du erzählen kannst? Es gab schon ein paar Lesungen. Ich hatte eine ganz große Veranstaltung in Hamburg. Die war am 16.05. Das war in Kooperation mit Vernetzt gegen Rechts. Und das wurde tatsächlich von der Sozialbehörde gefördert. Das war halt mega geil, weil es gibt da halt so einen Fördertopf, der heißt Hamburg Stadt mit Courage. Und der ist dafür da, um halt so selbstorganisierte Projekte, die halt gemeinnützig sind, gegen Rechts oder gegen Extremismus zu fördern. Und da kann sich halt eigentlich jeder kleine Lulli, so wie ich, halt bewerben und kriegt dann dann Geld für eine Veranstaltung. Also ich fand das mit den Anträgen teilweise ein bisschen kompliziert, aber man kann da immer anrufen und die helfen dann da einen auch ganz gut durch. Und dann muss man halt danach dann auch so einen Sachbericht schreiben. Aber dadurch kann man das dann finanzieren lassen. Und das war so, dass dann die Sozialbehörde, die hat das Podiumsgespräch, das es nach der Lesung gab, zwischen mir und Jörg Pegelow gefördert. Und die haben dann tatsächlich auch die Miete für das Metropolis-Kino übernommen und halt auch eine große Flyer- und Werbeaktion. Und dadurch war es mir halt möglich, dass ich halt einfach ein Kino mieten konnte für einen Abend und da die Veranstaltung gemacht habe. Und alle Leute konnten umsonst kommen. Und es war halt super cool, weil es waren so um die 170 Leute da. Und ja, jetzt noch kommende Lesungen, die sind aber nicht so groß, habe ich einen in Hannover beim Literarischen Salon. Da gibt es nur so 20 Plätze und da muss man sich ein Ticket vorher kaufen. Und sonst? Sind noch weitere Lesungen vorstellbar. Aber nicht konkret. Ja, ganz auf jeden Fall. Ich habe im September nochmal einen in Hamburg und beim Comic-Festival. Liebe Ika, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und fürs Vorstellen deiner Arbeiten. Ein sehr interessantes Buch, ein tolles Buch. Da kann man länger drüber nachdenken. Das waren gute Sachen dabei und es ist ja nicht zurecht, auch für die zum Beispiel eben Max- und Moritz-Preis nominiert gewesen. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Tschüss. Er hat sich bei mir proaktiv gemeldet und meinte, Andi, ich komme vorbei beim großen Interview Speed Dating hier beim Comic-Salon in Erlangen. Dann habe ich ein bisschen rumgeklickt und ein bisschen geschaut und wir hatten den Termin und ich habe gesehen, er ist bei Toons Up. Er macht auch Comics und ich freue mich doch tatsächlich sehr aufs Gespräch. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin der Markus. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Markus. Ja, Moment, stimmt das? Machst du Comics? Ich mache Comics und Cartoons. Wow. Ja, also eigentlich habe ich mit Cartoons angefangen und dann habe ich meinen ersten Comic gemacht. Seit wann und warum? Zeichnen durch schon ewig lang. Ich habe dazwischen natürlich Pause gemacht und mich anderen Medien gewidmet und kam dann 2019 wieder zurück zurück auf den Cartoon und auch mit dem Erwerb eines iPads und dem Stift dazu hat mich dann wieder gereizt, etwas zu zeichnen. Da habe ich die ersten Cartoons gemacht inklusive Instagram-Account und hat sehr guten Anklang gefunden. Dann schiebe ich jetzt eine Fachfrage rein, die habe ich die Tage schon mal gestellt und war nicht so geil. Es gab so ein neues iPad, habe ich die Tage gesehen, haben irgendwas veröffentlicht, neues Teil ist Teil. Und was auch dabei ist, ist ein neuer Stift. Und diesen Stift, den kannst du irgendwie drehen und erinnert sich der Pindel. Ist das eine geile Funktion oder ist das Quatsch? Meine persönliche Meinung ist, ich würde es nicht brauchen. Okay. Ja, also ich finde, das ist ein Feature, das würde mich nur irritieren. Okay. Da drehe ich mal den Stift und dann wechselt er den Pinsel, obwohl ich das gar nicht wollte. Eigentlich wollte ich ihn umgreifen. Also ich weiß nicht, ob es in der Praxis so wirklich praktikabel ist. Okay, ich wollte einfach fragen, wenn du schon mal das iPad und die Stift erwähnt hast, dann muss ich diese Frage einfach mal unterbringen, weil es mich schon interessiert hat. Ja, und dann machst du Comics und machst Cartoons, wie du selbst sagst. Ich habe hier was in der Hand, das heißt Commander, Simeon und Miss Mathilda. Genau. Wurum geht's? Es geht um eine exzentrische Katze, die mit einem sprechenden Laboraffen auf einem Raumschiff gefangen ist und die Galaxie unfreiwillig durchforsten. Wow. Wow. Ist das Science Fiction? Es ist Science Fiction. Es ist lustig? Es ist lustig. Es sollte lustig sein, ja. Erzähl mal, wie kam es dazu? Was hat dich inspiriert? Was war so deine Ansicht? Inspiriert hat mich natürlich auch die Protagonistin, die Miss Mathilda, die exzentrische Hauskatze. Und die gab es auch wirklich. Die ist leider vor zwei Jahren gestorben, aber sie hat mich damals, wie ich die ersten Geschichten dazu geschrieben habe, hat mich stark inspiriert. Das war damals, wie Corona in aller Munde war und wir alle mehr zu Hause waren, habe ich mit der Storyline bekommen und diese exzentrische Hauskatze hat mich irgendwie dazu inspiriert und habe mir gedacht, es braucht noch eine bessere Umgebung. Und ich bin selber Science Fiction Fan von Star Wars bis Star Trek, alles mögliche. Und diese Einflüsse sind da natürlich auch drinnen. Wie lange hast du jetzt dann gearbeitet am Buch? Das hat wie viele Seiten ungefähr? Das hat 48 Seiten insgesamt. Das sind glaube ich 40 Geschichten. Und jede Seite ist eigentlich ein abgeschlossener Gag. Ach so. Es ist lose, zusammenhängend, aber jede Seite hat eigentlich einen Gag. Die klassische Form eigentlich, wie man das vielleicht kennt von Calvin und Hobbes, die Sonntagscartoons, da hat er ja ganze Seite gemacht. Oder bei den Peanuts kannte man das auch. Eine Seite ein Gag. Also Gastron und so auch genau, ja. Genau, wo es ja aber zusammenhängt, genau. In der Form wollte ich das machen. Ja, geil. Und nochmal, wie lange hast du jetzt dran gesessen? Das habe ich nicht beantwortet richtig. Zwei Jahre war ich dran. Zwei Jahre? Mhm. Und das hatte ich eben für dich vorab auch schon gefragt. Du bist engagiert oder zumindest Mitglied oder was auch immer bei Tunes Up. Genau, ja, ja. Woher kennst du die Leute? Wie kam es dazu? 2019, wie gesagt, habe ich angefangen mit Cartoons zu zeichnen und ich habe Gleichgesinnte gesucht und kam dann ziemlich schnell an Tunes Up und natürlich an Markus Behrendt, der der Vorstand ist. Und natürlich hinter Tunes Up steckte die ganze Community mit der Homepage, wo wir uns austauschen können. und da kam es dann dazu. Und ich habe auch einige andere Comicprojekte mit ihnen gemacht, weil die auch immer, ist auch bei uns am Stand, Gemeinschaftscomic-Hefte haben, wo jeder Künstler quasi eine kleine Geschichte beiträgt und das dann in Comicform oder in Heftform gebunden wird. Das wurde verkauft dann an Messen und Ausstellungen. Und so kam ich da rein. Weißt du schon was Aktuelleres, wie es bestellt um die Zukunft von Tunes Up? Da habe ich leider schlechte Nachricht. Der ist nämlich beim Auflösen beziehungsweise er wurde mit dem heutigen Tag aufgelöst. Es ist aber Verhandlung, ob die Plattform, also die Homepage weiter bestehen kann. Da wird gerade verhandelt, ob sich da ein Interessent findet. Näheres weiß ich aber noch nicht. Kann man noch nicht sagen. Dann lass doch auf jeden Fall nochmal über den Salon sprechen, auf dem wir gerade sind. Da sitzt du mit am Stand von Tunes Up? Ich bin mit am Stand, genau. Wie sind deine Eindrücke? Wie gefällt es dir in diesem Jahr? Ich bin zum ersten Mal da, muss ich auch dazu sagen. Und ich bin überwältigt. Also es ist sehr schön, so viele Comicschaffende zu treffen, neue Leute zu treffen, wo wir alle das gleiche Interesse haben, die gleiche Leidenschaft fürs Zeichnen, für die bilderische Tätigkeit, egal in welchem Stil. Und es ist sehr, sehr schön, hier zu sein. Es ist auch ein menschlicher Austausch ein Stück weit, den man mit den Menschen hat. Absolut. Es ist auch ein fachlicher Austausch. Sitzst du da? Ja, definitiv. Das ist nicht Nerd-Gespräche, muss man dazu sagen. Da wird schon gefachsimpelt, ja. Es ist so viel Energie hier in Erlangen für neue Projekte und neue Ideen, die man sowieso schon in der Pipeline hat. Und ich werde auf jeden Fall mit sehr viel Inspiration nach Hause gehen und mich wieder ans Tablet machen, das auf jeden Fall, ja. Man geht immer so ein bisschen in so einem frischen Wind mit neuer Energie und Inspiration aus dem Ballon, habe ich oft schon gehört. Das ist definitiv so, das kann ich nur bestätigen, ja. Sehr gut. Und ich hoffe auch, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass ich hier bin. Das hoffe ich auch. Dann halt unter Umständen eben ohne Tuns-Up, sondern vielleicht auch in einem eigenen Stand. Wir werden uns trotzdem zusammensetzen, genau, und einen Stand organisieren, halt nicht unter Tuns-Up, aber wir Künstler sind da trotzdem aktiv und werden da auch weiterhin dran arbeiten. Mega. Ja Mensch, dann danke ich dir vielmals, dass du da warst und wir kurz sprechen konnten über dich, deine Arbeit und vor allem auch dein aktuelles Werk. Commander Simeon und Miss Mathilda. Danke dir und weiterhin viel Erfolg. Tschüss. Dankeschön. Ich habe ihn gefunden. Denjenigen, der deutlich mehr mit Entenhausen und Co. anfangen kann als ich. Denn ich mache da immer kein Geheimnis draus. Ich tue mich ein bisschen schwer, die Faszination hinter dieser Welt nachzuvollziehen, weiß aber, dass ich damit allein auf weiter Flur bin. Denn insbesondere die Figuren von Disney eben von Entenhausen und Co., die sind dermaßen erfolgreich. Es gibt dermaßen viele Publikationen. Es werden ständig irgendwelche Jubiläen gefeiert. Von den Donaldisten will ich gar nicht erst anfangen. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Der Enten-Fan. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, saludo, amigos. Ich bin der Enten-Fan. Meine Freunde nennen mich nur Enti. Das ist eigentlich auch der Name, mit dem ich im Netz überall unterwegs bin. Und du hast so richtig Bock auf die Enten, oder? Also, ich bin von den Enten nie weggekommen. Ich sage immer, ich habe keine Zeit, erwachsen zu werden. Vielleicht am Anfang für die Klarstellung, ich bin kein Donaldist. Ich habe sehr viele Freunde, die Donaldisten sind. Ich lese auch gerne mal Artikel darüber, ob in Entenhausen Gleichstrom oder Wechselstrom ist oder über die Kopfbedeckung in Entenhausen. Aber ich zähle mich nicht zu dem erlesenen Kreis der Donaldisten. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, das hat damit zu tun, dass die Donaldisten ja schon ein sehr, ich sage mal, begrenztes Weltbild für sich selbst festgelegt haben für Entenhausen, dass sie eben nur die Werke und Geschichten des Altmeisters Karl Barks für sich beanspruchen. Ich sage das mal ganz vorsichtig und ab und an fallen dann auch mal so Begriffe, dass die lustigen Taschenbücher auch Donaldistische Schundliteratur sind und ich vertrete eher so den Eindruck, die Welt ist so bunt, Entenhausen ist so vielseitig, es gibt heutzutage so viele moderne, gute Disney-Comics. Es ist ein bisschen schade, wenn man sich jetzt nur auf die Karl Barks Geschichten begrenzt, auch wenn er natürlich als der Vater der Ducks den Kosmos wesentlich erschaffen hat. Und sind es für dich vor allem die Enten, die dich so ansprechen, die Entenfiguren oder kannst du auch mit den Mäusen von Disney-Comics anfangen? Ich kann auch gut mit den Mäusen leben, ich bin auch ein Maus-Fan. Es gibt ja oft die Meinung und das Argument, Donald ist deswegen so beliebt, weil er der Versager ist und Mickey kann immer alles. Er ist immer der Held, er ist immer der Detektiv, der alles sofort aufspürt und löst und in Abenteuer reinrutscht. Ich weiß nicht immer, ob ich das gelten lassen kann. Also ich bin auch ein großer Maus-Fan, selbstverständlich. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Das ist immer eigentlich dieses, es wird wahrscheinlich künstlich diese zwei Lager aufgemacht zwischen der Maus und der Ente. Konnte ich nie so richtig nachvollziehen und was ich mich auch tatsächlich schwer tue, war so ein bisschen nachzuvollziehen, was eigentlich konkret jetzt die Faszination ist. Was hat es eigentlich geschafft, dass Donald Duck, der jetzt 90-jähriges Jubiläum feiert, gerade aktuell bei Egmont und da super Sonderauflage, es gibt auch mindestens zwei Versionen, ich glaube es ist ein Special dabei vom Taschenbuch, vom lustigen Taschenbuch dafür, das hat mir in der vernagneter Weise die Tage mal zugeschickt alles. Der hat seit 90 Jahren schafft es diese Figur und die Menschen, die die Figur und die Geschichten mit den Figuren erzählen, quasi Generationen anzusprechen, alle Altersstufen. Es sind eben nicht nur die Kinder, es sind nicht nur die Donaldisten, es sind alle dazwischen, es sind Leute, die Abos haben, es sind Leute, die mal eben Bahnhofskiosk was mitnehmen. Verdammte Axt, warum ist das eigentlich so eine dermaßen erfolgreiche Figur? Ich glaube, das ist die goldene Frage, die sich alle stellen, die die Comics machen und die, die sie lesen. Es gibt das eine Lager, das sagt, Entenhausen ist so faszinierend, weil es so eine begrenzte Welt ist, du hast die kleine Welt von Entenhausen, das feste Ensemble der Figuren, die Figuren, die sich relativ wenig verändern können und andererseits das andere Lager, die sagen, Entenhausen ist so weit und wie ich schon sagte, so bunt, es kann sich so weit entwickeln, du kannst aus der Figur Donald so viel machen, du kannst aus der Figur von Enkel Dagobert ihn so oft auf Abenteuer schicken und ich würde fast sagen, irgendwo dieser goldene Mittelweg dazwischen, der führt dazu, dass sich alle Generationen angesprochen fühlen, diejenigen, die mit der kleinen Welt von Entenhausen gut zurechtkommen, die vielleicht auch die Gag-Stories im Mickey Mouse Magazin gerne lesen und dann die anderen, die die großen, langen Abenteuergeschichten mit den Dachs mögen, wo Karl Barks und Don Rosa sie auf die ganze Welt geschickt haben. Zuletzt gab es ja relativ viele von diesen Bänden, die auch mal mit einer ganz anderen Stilistik daherkommen, die nehmen sich also diese Figuren, da gibt es bestimmte Bezeichnungen, die du kennst, die ich nicht kenne, wo die letztlich auch, wie gesagt, ganz andere Artworks, ganz andere auch Geschichten erzählt, auch mal längere Dinge, ich weiß nicht, ob man sagen kann, vielleicht für ein erwachseneres oder ein Graphic Novel Publikum, ich weiß es nicht, wie findest du die Dinge, die da erschienen sind? Also du hast recht, es sind die Disney Hommage Reihe, das sind meines Wissens fast immer französische Projekte, wo französische Autoren, die vielleicht auch gar nicht so viel mit Entenhausen zu tun haben, sich jetzt in dieses Kosmos eingearbeitet haben und manchmal mit französischen Künstlern, manchmal aber auch mit italienischen Künstlern zusammenarbeiten, um diese Hommage-Bände zu erzählen. Und es ist dann so, dass jeder Hommage-Band was Einzigartiges hat von der Aufmachung her, vom Artstyle her, von der Geschichte her, ob es jetzt total absurd ist, ob es eine Darstellung ist von einem alten Donald-Cartoon, der jetzt plötzlich wieder gezeichnet wird, dann haben wir jetzt Geschichten Micky und die Tausend Carlos oder Geschichten, wo Clara Bella Kuh auf einmal die Hauptrolle ist. Also ich finde diese Ideen sehr, sehr interessant und auch spannend. Es ist natürlich eine gute Frage, wen das anspricht. Ob das den Gelegenheitskäufer im Buchladen mitnimmt. Es kommt, denke ich, darauf an, von Band zu Band. Der Band, der mir am besten gefällt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein Highlight ist, den habe ich auch rezensiert und auch ein YouTube-Video mal geplant, es kommt vielleicht noch, ist der Band von Fabrizio Petrossi, Onkel Dagobert und der Drache von Glasgow, wo es um den jungen Onkel Dagobert geht, in seiner Jugend, wie er ein Abenteuer als kleiner Junge in Glasgow erlebt. und das nimmt auch ein Stück weit Bezug auf Sein Leben, seine Milliarden von Don Rosa, dem großen Onkel Dagobert Epos. Das ist ein Band, den sollte jeder Gelegenheit geben. Das ist eine klare Empfehlung von deiner Seite. Kurz noch, du hast gemeint zu dir, dass du das rezensiert hast und ein Video planst. Wo erscheinen diese Rezensionen, wo erscheinen diese Videos? Also ich bin tatsächlich sehr vielseitig unterwegs, wo ich meine Projekte veröffentliche. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal unter dem Label Enten Fan 11. Ich arbeite aber auch im Fieselschweif-Forum mit, bin da so Testleser, nennen wir uns, also unser Chefs sind die Oberstwaldmeister, ist ja ganz klar. Und der gute Manuel, er macht Videos, ich mache ein paar Videos, wir planen auch jetzt mal ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten. Ich mache eher so Rezensionen zu Einzeltiteln oder Serien, die mir gut gefallen. Und er hat jetzt letztes Jahr und vor zwei Jahren ein paar Videos gemacht, wo er Battles gegeneinander macht, also zwei Disney-Comic-Bände gegeneinander antreten lässt. Und ich glaube, das ist auch sehr gut angekommen bei den Leuten. Genau. Und wo ich natürlich auch noch mit unterwegs bin, jetzt mittlerweile in der Podcaster-Szene, versuchen, wir Comic-Cavalieros uns so ein bisschen zu etablieren. Meine beiden Freunde, der Lucky Witz Lukas und der Donatist Leon, wir haben festgestellt, es gibt zwar, wie euch, richtig gute Comic-Podcasts, aber deutschsprachige Disney-Comic-Podcasts, die scheint es irgendwie noch nicht so zu geben bei uns. Das ist eine Lücke und es freut mich zu hören, dass die von euch geschlossen wird, vermehrt auch geschlossen wird. Da wünsche ich euch weiterhin ganz besonders viel Erfolg damit. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du hier gewesen bist und mir mal so ein bisschen erklärt hast, was eigentlich die Sache mit der Faszination hinter diesen Figuren darstellt. Ach, diese Frage schiebe ich auch noch nach, weil ich es auch nicht einschätzen kann. Bei Egmont, da sitzen ja auch gerade wirklich jede Menge Disney-Menschen, also Leute, die halt wirklich richtig viele Enten schon gezeichnet haben in ihrem Leben. sind das die großen Namen dieser Enten-Szene? Wie schätzt du das Portfolio der Artists sein? Also wir haben dieses Jahr wirklich die Crème de la Crème der Leute da. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute bei Giorgio Kawasano anstehen, um ein Ticket für ihn zu bekommen, das ist wirklich der Maestro in Italien, der seit über 50, 60 Jahren fast Disney Comics produziert, der auch unglaublich vielseitig ist, immer noch am Werkeln ist und dass er dieses Jahr da ist, ist glaube ich ein richtiges Highlight. Dann haben wir noch Giada Perissinotto, die eher so die Manga-Schiene auch mit bedient, die auch den Disney-Comics einen ganz anderen Vibe reingibt, ähnlich wie Lorenzo Pastrovicchio, der viel mit Superhelden in Disney gemacht hat, also mit Phantom Ears und dem neuen Phantom Ears, auch wieder eine eigene Sub-Serie und natürlich unsere deutschen Comics-Schaffenden Ulrich Schröder und Jan Gulbrandson, die sind auch wieder mit im Start. Crème de la Crème, das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Ja, genau, nochmal vielen Dank, dass du da warst und weiterhin viel Spaß beim Comicsalon. Danke dir. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank.